Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft in unserer Höhle wieder mit den Shaders und Oh, hui, ich hab ein Loch gebuddelt, damit ich mal kurz raus kann, weil servertechnisch passiert ja auch mal einiges und ich weiß, dass hier ein Zombie war Ich weiß gerade nicht, wo er hin ist Boah, mies verjagt Jetzt dachte ich gerade, hier ist er Wo ist denn der? Boah, es blendet so, warte mal, dem Block müssen wir erstmal zumachen hier Das blendet dermaßen, so, jetzt können wir gleich mal wieder mehr sehen Das ist so viel angenehmer, oh Hier geht's runter Hier auch Hä, wo ist denn der Zombie hin? Der war doch hier gerade eben noch Dieser Zombie So ein Arsch Oh, ein Skeletor Will ich erstmal ausleuchten tun Komm her, Skeletor Du wirst sterben Okay, easy going Wir sind wieder safe Okay, dann würde ich sagen, bauen wir uns Oh Gott, ich bin da noch im Creative Die können mich ja gar nicht Oh Gott Oh Gott So, Game Mode 0 Jetzt geht das hier wieder normal weiter Ich hab mich schon gewundert, warum der mich so gar nicht angegriffen gesehen Wie auch immer hat Das war gerade eben sehr mysteriös Na gut Und ich hör einen Schleim irgendwo Mal gucken, ob wir den noch kriegen Oder wo der sich befindet Wir werden es hoffentlich dann Oh, ein Skeletor Ein Skeletor Ein Skeletor Stirb Er hat gar nichts gedorpt Okay, da werden wir aber auch gleich noch lang gehen Ich will bloß hier erstmal so ein bisschen Äh, was ausnehmen Und dann werden wir da unten noch lang gehen Ich hab ja vor, die ganze Höhle irgendwie auszunehmen Aber ich glaube, in einer Tour werden wir das nicht schaffen Auch wenn wir ultimative Inventarisierung machen Und ich weiß nicht, was mit meiner Maus los ist Sie ist kacker Sie ist gerade sehr, sehr kacker Hängt immer so ein bisschen Sie ist wohl hängen geblieben Und hier haben wir auch wieder Kohle Maus Don't do that Ansonsten werde ich very böse Und das will, glaube ich, keiner von uns Und die Musik ist zu Ende Ich hab's immer noch nicht geschafft, Musik zu machen Aber jetzt ist ja Wochenende Also es ist gerade Freitag Abend, wo ich hier aufnehme Und ich hoffe Dass ich das am Wochenende schaffe In der Woche ist es ja immer ein bisschen blöd Aber jetzt ist ja ein bisschen mehr Zeit Durch FIFA Was jetzt ja bloß noch dreimal die Woche kommt Wer es noch nicht mitbekommen hat Und dazu wollte ich eigentlich auch noch ein Video machen Aber es ist auch noch nicht Ja, ja, diese schöne Zeit Ich hab's auch noch nicht geschafft Weil das soll ja auch nicht irgendwie so ein Kack-Vlog werden, sondern Oh! Soll ja doch Ein bisschen besser werden Ja Und soll ja nicht so komplett scheiße werden Und deswegen Natürlich kommt da wieder Kies runter Ich hab's ja nicht anders erwartet Und deswegen Ja Ne Werde ich das Alles Erstmal so ein bisschen machen müssen Also Ne Deswegen wird das noch ein bisschen dauern Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse Weil Folgen kommen ja trotzdem noch Also es ist jetzt nicht so Dass ich irgendwas komplett abbreche Das Ist nicht Sinn der Aufgabe Warum meldest du dich Facebook Hast du nichts zu tun Oder was? Ah Ho! Mega Schleim Ho! Komm her, Schleimi Ich will mit dir kuscheln Komm her Ja, komm her Ja, süßes Schleimi Oh! Stopp! Ja, Schleimi, komm! Komm, es geht los hier Bam, Junge Gib mir ganz viele Schleimballs 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 Facebook Don't suck me up Ansonsten Have I to turn off Scheiße So, der letzte auch noch getötet Und jetzt soll ich mal gucken Was wir loswerden können Ja, komm, hier ein Sattel Den brauchen wir, glaube ich, eh nicht Da können wir lieber die Schleimballe mitnehmen Auch wenn ich nicht weiß Ob wir sie jemals brauchen werden Und hier ist ganz viel Kohle in der Decke Die würde ich ganz gerne haben Beziehungsweise Oh, wir müssen wieder zusammen craften Warte, dann machen wir das mal ganz schnell Ne, warte mal, das ist doof Warte mal Ach Gott Ey, dieses Inventar So voll So, äh Wirkt beim Schingelsetze Und jetzt geht das hier los Mit wieder ordentlich Kohleblöcken machen Kriegen wir wenigstens wieder Ein bisschen Platz Bist du denn des Wahnsinns? Skeletor Jawoll Hat wenigstens ein paar Pfeile gedroppt Gar nicht so bad So Äh, hier können wir auch noch mal ein paar Ein paar Blöcke draus machen Dann haben wir schon eins der Kohleblöcke gefasst Alter Schwede So, und acht haben wir hier noch Ja gut, die müssen wir jetzt erstmal lassen Hier, dieses Dioride können wir dann auch noch wegkloppen Und die Workbench nehmen wir mal wieder mit Auch die Axt ist bald kaputt Ich hoffe, dass sie uns nicht gleich verlässt So, komm Hauen wir das ja erstmal aus der Decke raus Und wir haben immer noch nicht genug Diamanten Das ist ein bisschen sehr traurig, finde ich Ach komm, ey Ey, ich mich jetzt hier hochbaue Hau ich jetzt bloß die unterste Schicht hier weg Wir haben eh erstmal so viel Kohle Also ganz ehrlich Da finden wir dann mit Sicherheit auf jeden Fall noch eine Hülle Und das Lied ist kacke Das passt gerade so gar nicht Oh, ist gerade zu Ende Das ist auch nicht viel besser Das ist auch nicht gut Das ist vielleicht ganz gut Mafia 2 Hab selber nie gespielt Generell Ich bin ja noch nicht so lange Hier bei PC spielen Also noch nicht so lange Dass ich diese Spiele Dass ich eben versuchen gekommen wäre Diese Spiele ordentlich zu spielen Ich bin ja auch noch nicht so alt Und früher durfte ich sowas nicht Also mein erstes Spiel Wo ich glaube ich jünger war Als das USK alter war Oder FSK wie auch immer War glaube ich San Andreas Da war ich glaube ich 15 Als ich das doch schon spielen durfte Das war Ja, da habe ich mich schon voll toll gefühlt Ah, die kriegen wir da nicht Nee, komm, scheiß drauf Ähm Ja, und ansonsten kam ich ja nie so Äh Ja, in die Versuchung Oder bekam nie so die Oh, ich dachte schon wieder Ich sehe ein Skelett Äh, bekam nie so die Möglichkeit So eine Spiele zu spielen Alter, wie das hier verwinkelt ist Das ist der Hammer Und deswegen, äh, ja Kenne ich mich, äh, auch in den meisten Nicht so aus Beziehungsweise Ja, habe die meisten einfach Halt nicht spielen können Einfach, weißt du Und deswegen, ja So ist das halt mal, ne So ist das halt So, nehmen wir noch hier schnell das Eisen mit Können wir das auch bald wieder burnen Ich glaube da müssten wir auch bald wieder ein Stack haben Oh, wir haben schon über ein Stack Alter Schwede Ja, das wird langsam richtig interessant mit dem Inventar So, wir gehen erstmal nach hier Weil hier ist ein bisschen Eisen Auch wenn das hier alles mega verwinkelt ist Gehen wir trotzdem erstmal nach hier Nach hier Und wenn wir hier erstmal noch die Kohle mitnehmen Können wir bald wieder einen Kohleblock machen Können wir mit Sicherheit schon Und das Eisen nehmen wir natürlich auch noch mit Ja, ich frage mich, ob wir noch ein paar Diamanten finden Das wäre natürlich super Ja, und spielemäßig War ich ja gerade so ein bisschen dabei Habe ich früher eigentlich immer Also wenn dann Ich war ja Ich hatte damals Meine erste Konsole war die Playstation 1 Und einen PC hatte ich erst extrem spät Den habe ich mir dann irgendwann selber gekauft Weil brauchte ich auch einfach nicht Hatte ich einfach nie so das Interesse auf PC zu zocken Fand ich irgendwie immer voll komisch die Vorstellung Und äh Deswegen Ja, habe ich halt immer die Die Pläse genommen Und da halt dann immer so Ja, äh Nicht so die Die kleinen Spiele gespielt Weil die haben mich einfach nicht so angesprochen Ich wusste nicht wie die waren Ich wusste nicht wo ich mir die Informationen herholen sollte Heutzutage ist es ja alles ein bisschen anders Da kann man ja einfach mal Auf YouTube nach dem Spiel suchen Und da findet man 100 pro Let's Play Und äh Deswegen ähm Ja Da dachte ich mir dann immer so Ja, ne brauchst du ja eh nicht Bla 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 Und Alter, was ist das für ein Lied Muss mir echt Äh, was zusammenstellen Und äh, ja Deswegen kam ich nie so Hatte ich nie so die Möglichkeit Und deswegen Ja, sagen mir viele Spiele einfach nichts Wenn irgendjemand mich fragt Boah, hast du das und das gespielt? Und ich sag dann so Neee Das ist dann immer ein bisschen komisch Aber das werde ich wahrscheinlich Also ich werde auf jeden Fall noch viel nachholen, glaube ich Weil Triple A mäßig Ich weiß gar nicht, wie es dieses Jahr Triple A mäßig aussieht Ob da coole Sachen kommen Ich hab keine Ahnung Oh, hier waren wir auch noch nicht Lass mal das Wasser ausmachen Hör So Und gleich mal eine Fackel setzen Ja, ich weiß gar nicht, wie es da so aussieht Was da so kommen wird Ansonsten werden wir bestimmt noch genug andere Spiele finden Die wir gemeinsam hier auch zocken werden Zurzeit ist er ziemlich ausgelastet mit Projekten Und auch schon was Neues Schon wieder in Planung Das ist alles Ja, ziemlich strange Oh komm Ich muss jetzt erstmal das Eisen hier mitnehmen Ansonsten renne ich hier ja doch nur im Kreis Ach du Scheiße Das sind so viele Verwinkelungen hier Das ist Boah, das ist unglaublich Hier muss ich auch gleich noch lang Aber ich will erstmal das Gold mitnehmen Alter, ich bin schon wieder völlig woanders lang Obwohl ich eigentlich woanders noch was mitnehmen wollte Alter Schwede So, Gold müssen wir dann auch gleich wieder brennen Wir sind schon wieder voll Alter Eisen Haben wir fast zwei Stacks schon wieder Boah, da müssen wir gleich mal uns wieder eine Zwischenbase errichten Und ähm Erstmal wieder ein bisschen was brennen Ah, Gott Hallo, kommst du mal hier hoch Und vielleicht kriegen wir dann auch noch unser eigenes Steak hier Unser eigenes Rindersteak noch Weg Damit wir da auch schon wieder einen Slot mehr haben Und dann sieht es langsam echt ein bisschen mau aus So, hier müssten wir jetzt alles haben Das sieht ganz gut aus Ja, ein bisschen Eisenplatz haben wir noch Kohle haben wir auch noch ein bisschen Okay, das Die Standardsachen können wir auf jeden Fall noch mitnehmen Alter Da vorne ist Lava, so wie ich das sehe Aber vorher kommt auf jeden Fall noch Eisen Das nehmen wir auf jeden Fall noch mehr Dann müssen wir ja auch auf jeden Fall noch in die Nähte Da waren wir ja auch noch nicht Also Wir waren zwar da schon Aber wir wollten ja noch Auf jeden Fall in die Festung noch gehen Das haben wir auch noch nicht gemacht Ich schaue mich immer so ein bisschen noch hier um Ob ich noch irgendwo was übersehe Und hier ist Lava Wir bauen uns mal rum um die Lava Glaube ich Ist ja erstmal hier relativ safe Weil hier sind ja meistens Diamanten Und deswegen warum nicht probieren Aber es sieht eher schlecht aus Naja, es sieht wirklich eher schlecht aus Scheiße Hätte ja klappen können Aber wollte wohl nicht Es sollte wohl nicht sein Ah, hier kommt das ganze Wasser runter Markieren wir uns das aber auf jeden Fall schon mal Dass wir hier schon mal waren Ah, hier ist Kohle Die könnten wir eigentlich auf jeden Fall mitnehmen, ne? Nein, bleib hier oben Nicht einfach runterfallen Eigentlich nie ein Block unter einem Abbau Und ich habe es schon wieder getan Das ist immer sehr, sehr riskant So, komm Nehmen wir mal das hier mal schön mit Außer den einen Block da Den will ich nicht Ne, ne Ah, toll Toll Na gut, jetzt kann ich den auch mitnehmen Ich sehe nichts Swim hoch Jawohl Und dann Ah, hier rauf Und jetzt erstmal das Wasser ausmachen Nein Oh, toll Hat der super funktioniert Ha So So muss das sein Und hier ist gleich noch Alter Schwede Steine sind wir auch voll Komm, nehmen wir noch das Eisen hier mit Ist natürlich wieder extrem viel Das war ja wieder so klar So Okay, Eisen Ups Hab gerade gegen meine Festplatte getreten Tut mir sehr leid Eisenmäßig sind wir Oh, hier war ja noch eins Oh, hier war ja noch ein Eisen Oh Gott Alter, wie viel Eisen Alter Schwede Alter Machen wir erstmal alles kaputt Toll, wir haben keine Spitzhacke Das ist ja super Dann müssen wir uns erstmal Warum haben wir den Sattel wieder dabei? Braucht doch kein Schwein Toll, jetzt haben wir den trotzdem wieder dabei Äh, machen wir uns mal ganz schnell Ähm, toll, wir haben nicht genug So, komm, müssen wir mal einen Eisenblock schnell zerstören Können wir uns mal ganz schnell noch eine Spitzhacke machen So Haben wir jetzt natürlich wieder ein Eisen zu wenig Och, Mann, ey Der ist ja zum kurzen Zum kurzen ist das Komm, dann nehmen wir das mal noch schnell mit Und dann rüsten wir uns mal gleich neu aus Alter, wie viel Eisen So Den Block brauchen wir hier auch noch Dann machen wir uns mal hier schnell einen Ofen rein Ach ja, geht ja nicht So, komm, Workbench Ofen Äh Äh, Quatsch, so Entschuldigung So ging ja der Ofen Äh, ja, hier, so Und jetzt, äh, Ofen Sehr schön Und da kommt jetzt gleich erstmal ein bisschen Kohle rein Äh, komm, hier Und hier Schmeißen wir das Lassen wir das mal kurz burnen Burn, burn, burn Burning in the fire So, und währenddessen Ach komm, wir haben so viel Stein Warum machen wir uns nicht noch einen Ofen Was soll der Geist eigentlich, oder? Komm, machen wir uns mal noch einen So Dann haben wir das schon mal soweit So Und dann legen wir uns den Mann hier noch unten hin Und dann, äh Bauen wir hier einfach noch ein paar Öfen hin Eins, zwei wenigstens So Und so Dann befüllen wir die auch nochmal schnell Dann burnt das alles ein bisschen schneller durch Gar nicht so schlecht Äh, hier kommen Eisen Und was müssen wir noch burnen? Nochmal ein bisschen Eisen Und nochmal ein bisschen Gold Ah, komm schon Oh Gott, das war zu viel Aber ist ja auch egal Komm, dann lassen wir uns das mal schnell durchburnen Und dann